Willkommen zurück zu The Evil Within. Wir haben ja aufgehört gespeichert, weil ich den Code nicht gefunden habe, den Zahlencode vom Safe. Und mir ist in der Pause aufgefallen, dass wir die Uhr hier gar nicht mehr hören. Dieses Klicken, Klick, Klack, Klick, Klack, ist nicht mehr da. Es ist tonenstill. Vielleicht hat das Klacken mit der Uhr ja auch irgendwas zu tun, mit seiner Erinnerung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir kommen, wie gesagt, zurück. Und... Tja. Dann wollen wir mal das Rätsel lösen. Warte mal, wir haben eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf Leute auf den Bildern. So. Ich juck's gerade mal. Was haben wir denn hier noch? Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich probiere mal da mal was. Just a moment. Sieben. So, Moment. Und dort haben wir Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Nö, ist falsch. Ich schaue nochmal eben im Archiv. Also, ähm, Crimson Post, 11, 12, 56, Feuer, das hatten wir. So, Notiz aus Esszimmer, das hatten wir auch durchgelesen, da war auch nichts. Also, Ruvixzimmer war auch nichts. Und aus dem Musikzimmer. Zwei Welten getrennt durch einen, durch einen zerklüfteten, mein, zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachten die Tragödie. Und ein hilfloses Opfer. Moment. Darunter das hilflose Opfer. Das sind zwei. Oder ein. Und dann vielleicht die elf. Zwei oder eins. Und dann oben elf. Kann das sein? Boah, Alter. Mach doch nicht so weit mit mir. Boah. Oh. Boah. Ich brauche gleich eine Adrenalinspritze. Alter, bitte nicht. Weiter auf mit dieser Scheiße. Das wird Ruvixzimmer sein, vermute ich. Wo die ganzen Dings aufgesetzt hat. Die ganzen Beobachter. Boah. Habe ich mich erschrocken. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung, limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Okay, es ist noch nicht ausreichend. Hoffnung. Ah, wo sitzt denn diese Hoffnung? Weil das ist ja da oben. Hä, wo soll das denn sein? Trust. Ich habe keinen Blassen Schimmer, wo das sein soll. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch jetzt ein bisschen Angst, dass es irgendwas falsch zu machen. Das muss ja, wenn dann... Wenn ich die Puzzlestücke so ein bisschen durchgehe, dann muss das eigentlich vorne sein. Was wenn dann hier vielleicht... Na, hallelulja. Na, hallelulja. Na, hallelulja. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag gelastet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Okay. Und dadurch wurde er dann halt böse. Und fing an durchzudrehen. Der liebe Ruvik. Jetzt werde ich trotzdem nochmal gleich speichern. Aber erst die Tür angucken. Wurde auch Zeit. Du bist ja Töfter. Sieht gut aus. Muss ich ja mal sagen. Tut mir leid, dass ich immer wieder... Sie wurden erwartet. Tut mir leid, dass ich immer wieder hier zum Speichern reinrenne. Aber es ist mir sicher, weil... Wie gesagt, wir brauchen uns einmal berühren. Das ist alles weg. Alles. Ja, also von so an... Als gesamte Spielzeit haben wir jetzt schon 11 Stunden 39. Hut ab. Und wir sind schon relativ weit. Aber ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende. Ich glaube, da kommt noch jede Menge. Vielleicht nicht jede Menge, aber... Ein bisschen wird noch kommen, denke ich mal. Na, hallelulia. Der unendliche Gang. Bisher habe ich nur so das Gefühl, dass der Gang niemals aufhören wird. Was? Was? Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken der... Ruvik. Okay. Ich schaue mal ganz kurz. Also er hat hier angefangen. An Schweinehaut und so zu basteln und alles. Und dann hast du nicht gesehen. Hier ist übrigens auch diese Folterbank. Und wir kennen diese Tapete. Und diesen Schrank. Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Ich weiß, wo der Schrank steht. Ich verrat's nicht. Er hätte uns schon längst töten können. Aber das hat er nicht getan. Warum? Wo führt er uns hin? Okay. 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 Nein Nein Nee Nein Nein Was nie Was Geh weg! Äh... Was? Huh! Wow! What the fuck? Was? Wie? Wollt ihr mich verarschen? Äh... 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 Wow! Alter, wie soll das denn? Äh... Und was? Ähm... Der Esshilfe-Koffer heilt dich und steigert deine maximale Gesundheit ein wenig. Ähm... Was ist das denn? Ja, 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 ja. Das ist so verlockend mit dem Dingens. Problem ist, man kann halt nicht schnell durchrehen. Man muss höllisch aufpassen. Äh... Ich würde aber so gerne, ich würde so gerne... Ach, ich lasse es da verliegen, ist mir egal. Ach, das kommt nach einer Zeit runter. Ach so, okay. Hey. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hasse Puppen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse Puppen. Wer stand denn da? Alter, ich hasse Puppen. Alter, ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen, ich hasse Puppen, ich hasse... Ich hasse Clowns, ich hasse Puppen. Ich hasse... Alles, was mit Puppen zu tun hat. Oh nein. Nein, 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 nein. Ähm. Warum habe ich nur so das Dumme? Da hinten ist auf jeden Fall eine Bombe. Nein. Ein Bosskampf. Nein. Was? Was? Du hast uns das angetan? Wieso wir? Wieso wir? Also sind... Ich vermute, wir sind nie im Leben Detective Castellano. Sind wir nicht. Glaube ich nicht. Also jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr daran. Wir sind irgendwie in jemandem... in einem Kopf drin. Fuck, 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 fuck. Ja, ist ja klar. Wo soll ich denn lang? Wo soll ich denn lang? Was? Wo soll ich denn hin? Was? Oh na, uah, 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 uah. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Wo, 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 wo. Komm, das... Ich geh kaputt. Oh nein, nein, Bären fallen. Nein, 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 nein... Was, die? Wah! Wow! Oh! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Du hast uns das angetan! Was? Nein, wieso sind wir... Oh, nee, das glaub ich jetzt nicht, ne? Nein. Oh. Fuck. Boah, das ist jetzt noch mal so... Boah, was ein geiler Gegner. Also, Hut ab. Ja. Das wird heiter. Das wird echt lustig. Ja, ja, komm, bewege dich, Basti. Mann, haut zu. Basti, bewege dich. Bewege deinen Arsch. Bewege... Oh, nee. Das war ein dummer Fehler von mir, weil ich permanent auf die Renntaste gedrückt habe. Naja, gut. Immerhin. Hm. Naja. Dann, auf ein neues. Lassen wir ihn erst mal hier, bis wir zu dem kommen. Und dann haben wir nämlich da hinten ein bisschen Platz. Aber der ist schon verdammt geil gemacht, der Typ, muss ich echt mal sagen. Hau doch da drauf. Fuck. So, ganz, uah, ganz souverän, ganz souverän, ganz souverän, ganz souverän. Uah. Ganz souverän. Ganz souverän. Gehen wir jetzt hier weiter. Ganz souverän. Mann. Los, 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 los. Du hast uns das angezogen. Was? Ich schnall das alles nicht. Wieso wir? Wieso? Ich schnall das nicht. Kartenfragment 17. Haben wir aufgesammelt. Ich bin immer noch total verwirrt jetzt gerade. Also es macht echt Brainstorming, dieses Spiel mit einem. fucking a Brainstorming. Warum wurde ich hierher geführt? Alter, ist ja mal eine geile Szene, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ey, Hut ab. Das ist auf jeden Fall die Scheune. Wie sah der übrigens überhaupt gerade aus? Warum hat der denn so Kanten im Gesicht gehabt? War das ein Grafikfehler? Habe ich das richtig gesehen? Ich finde es total cool gemacht, gerade hier diese Szene. Ich schnall zwar immer noch nicht, warum wir angeblich denjenigen das angetan haben. Mann, ist das geil gemacht. Hut ab. Was ein Ausblick. Ist schon ein hübsches Spiel, muss man ja sagen, ja? Es war gut mit dieser neuen Engine halt. Es ist halt ein bisschen blöd, dass die Texturen zwischendurch mal nachladen. Gut, das ist halt ein Fehler vom Spiel. Das kann man leider, das hat halt mit der Engine zu tun. Ich schaue mich mal ein wenig um. Und ich weiß gar nicht, wo jetzt der nächste Kontrollpunkt ist. Wegen Speichern und wegen... War jetzt gerade eigentlich ein Kontrollpunkt gewesen? Nee, ne? Oder? Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht... Okay, jetzt glaube ich aber nichts am Liegen. Außer die... Scharfschützenmunition, die wir aufgesammelt haben. Liegt hier drin was? Nö. Okay. Huch, was war das denn? Da konnte ich irgendwas machen. Ach, guck an. Hätte ich jetzt mal voll übersehen. Ah, da liegt noch was. So, wunderbar. Aber was ist mit der Scheune jetzt hier? Würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Scheune und gucken wir mal, was uns da erwartet. Bitte nicht Fetty. Ich glaube, Fetty kommt nicht mehr wieder, aber... Ich höre dich atmen. Ich höre dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen? Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich hab nichts gehört. Was? Was? Was ist denn jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben! Bitte! Du musst klettern! Scheiße, ich sollte hier schnell raus. Da! Aber wie? Äh, also... Äh, was kann ich denn hier? Kann ich irgendwas machen? Oh, da, hier. Also wissen wir, die waren einversüchtig und haben dann die Scheune angezündelt. Denen war das egal, ob die Kinder da drin waren oder nicht. Das Problem ist einfach nur, dabei ist Rubik entkommen, hat unheimlich Verbrennungen erwischt und die Tochter oder die Schwester von ihm, ähm, war halt die Langhaarige mit den, ja, tausend Armen, die wir damals gesehen haben, die wir bekämpft haben. Äh, wie kommen wir denn jetzt hier rein? Hallo? Jetzt vielleicht rausschießen? Hä, wie kommen wir denn hier raus? Ich schnall das gerade nicht. Ah, Moment, Moment, das ist falsch, glaube ich. Oder? Ah, doch, jetzt, ja, jetzt, 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 ah, jetzt, ja. So, wie komme ich jetzt nach oben? Jawohl. Boah, du bist echt geil, du Flex. Oh nein, nicht er schon wieder. Wie soll ich denn erledigen? Alter. wow nein 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 weg 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 Was ist das? nein 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 wir haben nicht��하면 wie spritzen ich etwas das davon nicht isolation eine spritze schwörchen das so ist unfair auch kommt mädels ich hab doch hatte spritze drin gehabt im armen ihr habt es gesehen ja in arm das ist scheiße da ist das ist jetzt echt scheiße das gibt's doch nicht oh nee oder so hossa die waldfee renn du sau das selbe mache ich mit dir was soll denn da gar nichts getan verdammte axel fok 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 schlug Die Schreiber werden mit einem Schreiber verletzt. Wieso haben wir denen das angetan? Ich verstehe das nicht. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich muss da ein wenig... Ich kann die Kamera gar nicht bewegen. Ich fände mir gerade auf. Ich sage ja, dass mit dem links hat irgendwas auf sich. Mit der Melodie. Zwei Wege. Welchen gehen wir? Ich würde erstmal den hier versuchen. Okay, die ist zu. Okay, also gibt es nur einen Weg. Einen Schrank zum Verstecken? Nein, okay. Schauen wir mal. War klar. Kapitel 9 überlebt. Tja, da bin ich mal gespannt. Jetzt Kapitel 10 geht weiter. Puh. Spannend, spannend hier bei The Evil Wolf in. Wahnsinn. Ich habe jetzt an einem Stück jetzt... Ich weiß gar nicht. Ich glaube 8 oder 9 Folgen aufgenommen. Wahnsinn. Es fesselt mich unheimlich. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das Problem ist, ich muss die ganzen Videos noch schneiden und rendern. Und das wird ein bisschen dauern. Ich würde aber sagen, wir machen hier in einer weiteren Folge weiter bei The Evil Wolf in. Es ist spannend. Puh. Und dann sehen wir uns hier demnächst wieder. Also bis morgen, 17 Uhr. Schaltet wieder ein. Ciao. Ciao.